Willkommen zurück, Commander! Und ähm... Hmm, McRichance, ne... Ähm... Der Lesrak war doch hier derjenige, der ein bisschen beeinflusst war, ne? Nehmen wir mal hier den Psifobus. So. Dann, ähm... Ich jetzt hier nochmal gucken, wie das mit dem... Remden Mark II, okay, alles klar, haben wir schon dabei. Automatisch. So, wir haben bis auf Beiru eigentlich eine gute Truppe zusammen. Beiru wird uns wahrscheinlich schon fehlen, aber wir haben Engai dabei. Und ähm... Starten in Einsatz. Drückt uns die Daumen. Max, ganz gelassen. Ja. Alles klar. Max ist ja auch unser Veteran irgendwie, der... Kommt irgendwie durch jeden Einsatz durch hier... Fünf. Situation kritisch. Primäre Avenger-Systeme sind offline und Feinde rücken vor. Shang, wie ist die Lage? Commander, wir haben einen kritischen Systemfehler. Der Avenger ist lahmgelegt. Leiter Reserveenergie zu den Scannern um. Sie empfangen eine starke Strahlungsquelle in der Nähe. Wir müssen finden und vernichten, was immer unsere Systeme stört. Vielleicht ist unser Problem noch größer, Commander. Wir empfangen Funkverkehr. Dutzende von Advan-Transportern sind zu uns unterwegs. Und sie haben Kampfschiffe dabei. Die Aliens schicken alles, was sie haben. Wir müssen dieses Schiff vom Boden kriegen, sonst schaffen wir es nicht. Okay. Puh. Also, die Aliens dürfen wir nicht dran. Wir müssen noch... Wir müssen gleichzeitig ausrücken. Fuck, ey. Ich hab schon... Einfachere Missionen wahrscheinlich gehabt. So, bisher kein Alien zu sehen. Rücke zur Zielposition vor. Frag das. Copy that. Ich rücke aus! Ich rücke aus. Und los geht's! Und los geht's! Ah! ich habe keinen runden begrenzen momentan das heißt so kommt jetzt schon mal das ich schicke verstärkung aus den avenger ok wir haben wir gekriegt jen kelly ok so vorne mit ihr Keine Aliens sichtbar. Das ist trügerisch. Das ist trügerisch. Begebe mich zu dieser Position. So. Was machen wir? Rücke zur Zielposition vor. Overwatch. 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 Pistolen. Overwatch. Gebe Feuerschutz. Overwatch. Gebe Feuerschutz. Legen wir endlich los. Noch ist ja nichts da. Das heißt, wir können hier noch ordentlich im Freien stehen und overwatchen. Feuerschutz. Bis dann da was kommt. Feindliche Aktivität. Und da kommt was. Es ist ein schwarzer Bildschirm. Oh nein. Okay, da kommt was. Streifschüsse umrühren. Das wird nicht reichen. Das ist richtig umrühren. Das ist völlig wichtig. Er hat Einheiten gesichtet. Seht. Töten, 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 töten. Ja. Ja. Was? Nein, der ist noch nicht weg. Mit acht Schaden. Jetzt ist er weg. Warum ist der mit acht Schaden nicht weg gewesen? Habt ihr so viel Leben? What the fuck? Zwei Mutons auf dieser Seite. Du Kacke. Ich hasse Mutons. Ich hasse sie. Mutons. Okay, Feuerschutz. Verwechseln. Sehr gut. Wächst Schaden. Der eine Muton schon mal so gut wie tot. Okay. Wir fangen auf der Muton-Seite an. Die ist die biistige, fiese Seite. Heißt doch Umrühren? Nee. Der Max war doch hier auf der Seite noch, ne? 51% gegen den. Wir brauchen hier Granaten. Und los geht's. Granate. Äh. Äh. Beide kriege ich damit eher nicht, ne? Werfe Granate! Okay, ein Mewton weg. Enggall noch nicht. Hexen. Schieß. Vier Schaden. Ja. Max ist doch auch hier auf der Seite. Feuer. Yes! Beide Mewtons weg, das ist wichtig. Okay, ist mir aber jetzt egal, dass er aber gesehen wurde, nämlich. Umbryon. Vielleicht zuerst den Lesrak. 66 Prozent. Feuer. Vier Schaden. Und die Rüstung weg. Das ist gut. Meine Munition wird knapp. Umrühren mit so einer Pistole. Den ziemlich sicher killen. Daneben. Konzentriere dich. Okay. Gut, dass du nochmal umsonst abfeuern darf. 70 Prozent umrühren. Ja. Jane Kelly. Enggall. Overwatch. Mir geht nichts. Oh, da kommt was. Was ist das? Vorsicht vor diesen Berserkern. Aus der Ferne sind sie nicht zu stark. Ich habe in der Kampf tödlich. Zwei Mutons. Und ein Mega-Muton. Und noch welchen von der Seite. Schild machen. Oh Mann. Kommander, ich schicke Verstärkung aus den Avenger-Reserven rein. Ja, bitte jemanden Fähiges. Den haben wir gekriegt. Cartman. Naja. Okay. Weiß nicht, ob der uns jetzt hier so viel weiterhilft. Aber er hat eine Granate auf jeden Fall mit hoffentlich. So. Du hast hier... Auf jeden Fall den Muton im Sicht. Schieß den Muton ab. Auf Schaden. Ja. Das ist ein Problem. Lesrak. Feuer. Bitte trifft. Bitte trifft. Yes. Der war wichtig. Der war mega wichtig. Bewegt er sich auch nicht mehr? Meine Munition ist leer. Okay. Enggai. 100% auf ihn. Feuer. Kritisch. Zehn Schaden. Läuft. Noch drei Schaden für den Muton. Wurde gesehen. Blitzschnelle Hände. Du müsstest den Muton jetzt hier ziemlich finishen können und umrühren. Das ist sehr gut. Feind erledigt. So. Präzisionsgewehr. Töte ihn. Bitte töte ihn. Fünf Schaden. Okay. Panzerung getroffen. Soweit so gut. Backfisch. Kostenloses Nachladen. Nehmen wir noch nicht. Er hat noch zwei Schuss. Granate. Granate. Ich will keine Granate. Ich will keine Granate verschwenden. Aber sie sieht momentan noch nichts. Jane Kelly. Jane Kelly. Das ist keine verschwendete Granate. Obwohl die tötet nicht. Er hat noch Rüstung. Okay. Bringen wir Cardman ins Spiel. Gefechtsprotokoll. Garantierten Schaden der Robotergegner erhöht gegen Robotgegner erhöht ist. Gefechtsprotokoll Cardman. Gefechtsprotokoll. Hebe mit Feuerschutz. Gefechtsprotokoll. Gehe mit Feuerschutz. Schwertieb gegen die Schlangerich machst, tötest du ihn nicht. Okay, haben wir danach noch jemanden. Noch Max Monster. Feuer. Okay, irgendwann musste mal jemand daneben schießen. Jane Kelly ist die Letzte. Schwertieb gegen den, wenn mit Glück critest du. Und dann haben wir eine gute Schalte. Die Kelly ist mir auch von allen Soldaten hier nicht so wichtig. Okay, da kommt noch ein Overwatch, ein Bugfish. Neben beiden. Okay, nicht erwischt. Die Schlangerich möchten nichts mit Jane Kelly zu tun haben. Okay, der will durch. Stun Lancer anscheinend auch. Sie kommen von der Seite. Ich brauche keine Schalte zu decken. Acht Schaden. Deck meine Flanke. Acht Schaden, Leute. Gegen Lesrak. Motherfucker. So, wir sind wieder dran. Der Muton läuft durch. Wir versuchen ja alle durchzulaufen hier. Cartman. Die Schaden ist geschlossen. Annah. Die Schaden classic. Die Schaden ist verbunden. Die Schaden ist verbunden. Jetzt wird durch die Schaden eingefallen. Cut ihn ist verbunden. Die Entspannung. Eine Kontrolle durchzulaufen. Die Stun Lancer. Das kann er auch geben. Die Stun Lancer. Die Stun Lancer geht. Da unten steht aber allerdings noch einer. Was ist das Problem? Engai. 92% Feuer. 7 Schaden. Hexchen. Letzter Schuss. Daneben. Missed! Negative Ammo. Ich habe gespürt. Kommen wir nach hier oben zurück. Wechsle Position. Du hast eine 74%ige Trefferchance. Töte ihn. Okay. Nice one. Abschuss bestätigt. Sind wir hier unter Druck oder sind wir hier unter Druck, Leute? Umbrüllen. Vorrücken. Nachladen. Vorrücken. Nachladen. Overwatch. Ich biete Feierschutz. Max Monster. Nachladen. Waffe geladen. Overwatch. Scannen Gebiet. Commander, ich schicke Verstärkung aus den Avenger Reserve ein. Ja, bitte. Weitere Feinde im Anmarsch. Da kommt was. Commander, die Lage hat sich verschlimmert. Der Widerstand meldet feindliche Transporte in der gesamten Region. Sie machen sich für einen umfassenden Angriff bereit. Okay. Ich habe Angst. Okay, wir sind dran. Das erste, was ich mache, ist eine Gremlin-Heilung auf den Lesrak. Danach kannst du hoffentlich noch einen Reload machen, Hexchen. Sehr schön. Reload. Rock'n'Roll! Okay, Rock'n'Roll. Ombreon. Vorne. Roger. Und Pistolenfeuerschutz. Entschuldigung! Engai. Nähere mich der Zielposition. Feuerschutz. Mir entgeht nichts. Backfisch. Oh, du kannst noch vorrücken. Legen wir endlich los. Overwatch. Scanne Gebiet. Alles, was da jetzt runterkommt, kriegt einer im Sack. Befehl bestätigt. Feuerschutz. Feuerschutz. Cardman. Hat's so auf jeden Fall schon gerechtfertigt, dass er hier gekommen ist. Brauche ich deinen Feuerschutz. Ich brauche den Feuerschutz. Ich bin schon nicht auf. Vor allem brauche ich deine Granaten gleich auf jeden Fall. Habe mich zurück. Plastiklöffel als Sniper. Perfekt. Nach vorne Plastiklöffel. Sniper können wir gut gebrauchen hier. Pistolenfeuerschutz. Geht in Ordnung. Bestätigt. Überwachung läuft. Max Monster. Zweite Gremlin Heilung. Heilbott unterwegs. Brauchen wir einen Lestrack mit vollem Leben. Overwatch. Na los, zeigt euch. Was da jetzt runterkommt, kriegt auf jeden Fall ein paar Schuss. Da ist ein Commander. Der erste Overwatch geht schon mal daneben. Der zweite auch. Der dritte auch. Der vierte auch. What the fuck? Der fünfte auch. Der sechste trifft. Der siebte trifft auch. Karten. Super. Karten. Da unten kommt gleich was. Aber wie viel ist denn da gerade schiefgelaufen, Leute? So, der ist weg. So, der ist weg. Nicht zu schabbi. Ich bin schon unterwegs. Nachgeladen. Okay, ich gehe. Auf diese Seite und Overwatch. Mir entgeht nichts. Ich rücke aus. Blitzschnelle Hände. Klingt ab. Feuerschutz! Na los, zeigt euch. Jane Kelly kann mal ein bisschen vorrücken. Verstanden. Rück ab. Gebe Feuerschutz! Cartman. Das ist eben den Arsch gerettet, der Cartman. Ordine ricevuto. Mi muovo. Feuerschutz. Eseguo! Und Plastiklöffel. Ist Tanzschutz. Max Monster. So, nächste Truppentransporter. Kommt der Obermutsch. Kommt der Obermutsch. Sechs Schaden von Max. Acht Schaden von Messer. Ah, der Max dürfte ja noch mal schießen. Er hat ja nur eine neue Öff. Ist ein Schredder zu rüsten. Also, das ist kein Ding. Systemat. Puh. Komm mal. Ich schicke Verstärkung aus den Avenger-Reserven rein. Ja, bitte. Da kommen noch mehr von Ihnen. Okay, jetzt kommen sie auf der anderen Seite. MN-1-5, Vorsicht. Wir haben feindliche Verstärkungen auf dem Weg zu ihrer Position geortet. Wenn es sein muss. Auf die andere Seite lässt Rack und nachladen. So, wen haben wir hier hinten bekommen? Oh, der verletzte Beiru. Okay. Den können wir gut gebrauchen. Schauen wir mal, ob er auch kämpfen kann. So, wie wir uns das vorstellen. Hexen, Feuerschutz. Auf die Überraschung. Umbreon, rück mal vor. Bestätigt. Rück aus. Wackfisch rückt auch vor. Jetzt komme ich. Und lädt mal ihre Waffe nach. So, ich glaube, wenn da jetzt immer ein Commander rauskommt, müssten wir mit dem Enger doch eigentlich mal auf diese Seite dann vorrücken. Los geht's. Weil der hat ja diesen Chip, den wir brauchen. Scanner repeat. So, Kelly. Verstanden. Bin unterwegs. Hitmen, Boden, Truppen. Oh, da ist noch ein Berserker, Freunde. Fuck. Da ist noch ein Berserker. Scheiße. Wir holen schon mal ein bisschen was von diesem Gerät kaputt. Machen schon mal ein bisschen was von dem Gerät kaputt. Mit drei Schaden gegen den Berserker kann halt auch nicht schaden. Cartman. Rück vor. Nachladen. Plastiklöffel, Distanz, Schuss. Overwatch. Und unsere gute Machete. Wenn du so sagst. Guck mal, er ist wirklich verletzt. Geht in Deckung. Oh ne, er geht in Feuerschutz. Komm und gehst du ein. Max. Jetzt musst du eine Gremlin-Heilung rausschicken auf die Machete. Zusammenflicken. Zusammenflicken. Okay. Machete ist wieder voll im Einsatz. Zumindest für jetzt. Ein Reload auch bei Max. Nachgeladen. So, Verstärkungstrocken. Der Berserker ist jetzt echt fies da vorne. Muss auch noch ein Stun-Lancer. Ich glaub, die Jane Kelly da vorne wird's nicht überleben. Und wie gewartet ein Commander? Okay. Was tut er? Hat er seinen eigenen Blatt gemacht? Witzig. Das ist gut. Fünf Schaden gegen Kelly. Kein Ding. Kein Ding. So, hier kommt was. Veru schießt daneben. Das sind die, die ja gerade rausgelaufen sind. Plastik-Löffel. Acht Schaden. Hier daneben von Engai. Auf die Floppen! Es bewegt sich noch! Okay. Das Gute ist, wir haben jetzt alle nachgeladen hier. Kommt der Engai jetzt hier dran, um das Ding zu machen bei dem? Wahrscheinlich eher nicht, ne? Das ist keine Sicht auf den Berserker. Aber auf den. Okay. Der ist down. Ziel neutralisiert! Sehr gut. Und da hat sich ne Beförderung verdient. Der Lesrak ist jetzt drin. 74% gegen den. 36% gegen den. Engai. 62, 42. 43. Remlin-Heilung, Hexien. Hoffentlich ist es nicht verschwendet. Ich denke, wir ziehen uns jetzt erstmal mit ihr zurück, dass der Berserker hier nicht in unseren Truppen Amok läuft. Backfisch sieht nichts. Feuerschutz. Bin dabei! Komm, ist mir jetzt scheißegal, ob ich da irgendwas machen muss. Oh, das ist sowieso der andere. Perfekt. Oh, tot. Bewegt der sich auch nicht mehr? Nein, der bewegt sich nicht mehr. Engai. Bewegt der sich auch nicht mehr. Schon unterwegs! Feuerschutz? Bestätigt! Überwachung läuft! Kein Problem, Boss! Oh, nee. Moment, nee, nee, nee. Ich hatte vergessen, dass Hexien schon ihren Remlin rausgehauen hat. Okay, wie sieht das denn von der Seite aus hier? Auch nicht viel besser, ha? Volle Decken. Bewegt die Zielkoordinaten vor. Feuerschutz? Bewegt die Zielkoordinaten vor. Ich bin bereit. Feuerschutz. Plastik-Löffel hat 39% auf den. Macht aber lieber einen Distanzschutz. Bewegt die Zielkoordinaten vor. Genauso wie der Oberu. Max ist immer noch ungesehen. Niemand von den Aliens weiß, dass Max Monster an diesem Kampf teilnimmt. Da kommt der Berserker. Und schluckt den Overwatch von Buckfish. Daneben leider. Auch Jane Kelly trifft nicht. Cartman trifft natürlich nicht. Cartman macht sich langsam. Namen hier in unserer Truppe. Okay, Jane, du hast ein Problem. Jane ist down. Jane ist down. Mit einem Schlag. Daneben. Ziel verfehlt. Okay. Das tut weh. Jep. Das tut weh. Was für Schaden hast du denn bekommen? Da stimmt gar nichts. So, jetzt kommt das Wichtige. Der darf nicht durch. Daneben. Fängt schon mal gut an mit Plastiklöffel. Daneben mit Machete. Daneben mit Machete. Daneben von Max Monster. Oh, komm schon. Wir sind moving. Commander, ich schicke Verstärkung aus den Avenger Reserven rein. Sie haben Verstärkung gerufen. Oh, fuck. Wir haben einen Berserker, mit dem wir noch nicht klarkommen. Und wir haben hier feindliche Verstärkungen auf dem Weg zu ihrer Position geortet. Und Umbräuern ist stark angeschlagen. Bugfish. 100% gegen den, 100% gegen den, der Berserker muss fallen. Noch steht er. Hoher Munitionsverbrauch! Wo ist der Umbräuern? Da. Hat drei Leute im Sichtbereich. Mach doch erstmal blitzschnelle Hand. Das war's mit dem Berserker. So. Konfrontation. Soviel dazu. Bedrohung ausgeschaltet. Lässer. Und der ist auf dem Weg. Der ist auf dem Weg. Entfangen jetzt? Entfangen jetzt? Lässer. Overwatch. Wir brauchen deinen Overwatch. Kritisch, ja, Cartman ist ein Kämpfer. Auf den Overwatch. Gehen wir zum Overwatch. Begebe mich zur Zielposition. Na los! Gehen wir zum nächsten Mal. Gehen wir zum nächsten Mal.